Und? Ein Tigerhinter! Ein Tigerhinter! Kannst du das nehmen, statt im Wasser? Ja! Ein Tiger! Ja! Tiger sind so! 50! 10! Start! Ja! Das reicht! Ich bin der kleine Pferd! Ich bin der 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 Pferd! Es ist viel schöner! Es ist viel schöner! Weil alles riecht nach Bananen! Ja, Panama! 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 Panama ist das Land unserer Träume! Ja, wir müssen sofort nach Panama! Was meinst du Tiger? Sofort! Ich bin der Pferd! Wo geht's denn hier nach Panama? Pornoma? Imanius! Pornoma gerade auch! Guten Tag, Herr Fuchs! Schst! Nach links! Vielen, vielen Dank! Ich lasse ihn! Ja, vielen Dank! Guten Tag, die Herren! Können Sie uns vielleicht sagen, wie wir nach Panama kommen? Pornoma! Imanius! Ich muss Sie etwas fragen! Was musst du? Ich möchte Sie etwas fragen! Kennen Sie den Weg nach Panama? Aber wo ist der Fluss? Leicht davor! Lüichten! 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 Anker gelüichtet! Ganz schnell! Weiter machen, damit wir aus alles rüberkommen! Schnell! Mexica! Kämen Sie zufälligerweise auf Panama? Nein! Es tut mir leid, aber ich muss... ...in unser Traumland! Ja, dort ist alles viel schöner und froh, Groß! Diesen Weg kann ich Euch wohl zeigen! Ja? Du, wir... Vielleicht könnten wir in diesem Haus wohnen? Ja, ja, und alle unsere neuen Freunde können uns da besuchen! Ja! Die Hände! Und der Fuchs! Und die Gange! Und die Maus! Und die Frösche! Alle!